Hallo und herzlich willkommen bei den LernSnacks. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich mit dir über die ZP10-Vorbereitung sprechen, wie du anfängst. Und ich werde immer wieder von Schülern gefragt, ja, womit fange ich denn überhaupt an? Wie kann ich das machen? Wo starte ich? Und ich habe ein paar Tipps für dich zusammengestellt, wie du am besten loslegst, wie du am besten anfängst. Das Ganze findest du auch als LernSnacks auf meiner Homepage. Also verlinke ich unten in der Beschreibung. Dann kannst du sie dir auch in Ruhe nochmal durchlesen. Wir legen erstmal los. Viel Spaß dabei. Ich stelle dir heute drei Methoden vor, mit denen du dich richtig gut auf die ZP10 vorbereiten kannst. Und auf andere Prüfungen natürlich auch. Das wäre zum einen der Fahrplan, dann Checklisten und zum dritten das Lerntagebuch. Ja, beim Fahrplan geht es wie bei einem Busfahrplan darum, dass du dir überlegst, wie viel Zeit habe ich noch und was muss ich in der Zeit alles erledigen. Also im Idealfall nimmst du dir drei Monate vor der ZP10 Zeit und je früher du anfängst, umso besser ist es natürlich. Wenn du später anfängst, ist das auch kein Drama, aber dann musst du natürlich mehr Zeit investieren. Oder du sagst halt eben, ja gut, dann kriege ich halt eben vielleicht keine Eins. Wie der Lernplan dann aussehen kann, das zeige ich dir in meinem Lernsnack auf meiner Homepage. Aber im Großen und Ganzen, du guckst erstmal, wo du stehst und dann übst du, übst du, übst du. Damit du sehen kannst, wo du stehst, helfen dir Checklisten. Checklisten sind super, weil du kannst genau sehen, was du können musst und natürlich auch, was du schon kannst. Und dann kannst du halt eben überlegen, so, was übe ich jetzt als nächstes, wie kann ich vorgehen? Ja, das Lernen musst du natürlich noch selber übernehmen, aber im Endeffekt hast du den Riesenberg von Lernstoff schon mal so ein bisschen gegliedert in kleinere Aufgabenpakete. Und das macht das Ganze auch etwas einfacher anzufangen. Die letzte Methode ist das Lerntagebuch. Bei einem Lerntagebuch gehst du im Prinzip hin und setzt dir Ziele und überprüfst dann, ob du das erreicht hast. Du kannst Lernen effektiver dadurch machen und du siehst natürlich auch, wo du vielleicht noch ein bisschen dran fallen kannst, um effektiver zu lernen. Also im Großen und Ganzen hast du eine Kontrolle und bist vielleicht auch motivierter, deine Ziele zu erreichen, wenn du sie dir gestellt hast. Und du kannst auch nochmal gucken, ja, wo habe ich denn Fragen und die dann natürlich gezielt deinem Lehrer oder einer Lerngruppe stellen. Das war jetzt, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Überblick. Alles genauer aufgeschrieben mit Beispielbildern und so findest du auf meiner Homepage. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen und viel Erfolg und Spaß beim Umsetzen von meinen Tipps. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn dem so ist, dann komm gerne öfter auf meinen Kanal, guck dir öfter meine Videos an, unterstütze mich mit Kommentaren, teile die Videos mit deinen Freunden. Und ja, genau, bis dahin, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.